Es ist unglaublich, irgendwie wird gerade das Gerät gestört, dass ich hier keine anständigen Messungen machen kann. Es ist unglaublich, man versucht doch alles zu tun, um diese Scheiße zu unterdrücken. So darf man sich vom deutschen Geheimdienst behandeln lassen und vom CIA und von den Maurern. Jetzt stellt sie es ab, jetzt stellen sie wieder ein. So darf man sich um die Scheiße zu unterdrücken. So darf man sich um die Scheiße zu unterdrücken. Untertitelung des ZDF, 2020